so heute möchte ich euch mal zeigen wie wir einen klassischen garten in einen richtigen naturgarten umwandeln inklusive trockensteinmauer und das auf gerade mal etwa 40 quadratmeter hier hinter dem reihenhaus ran an die arbeit los geht's so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die haben wir mal zwischen reingesetzt einfach, das passt ganz gut. Dann haben wir hier den Hauptbodendecker, das ist der breitblättrige Thymian, Thymus polygioides. Hier vorne haben wir ein Gras, das ist das Wimpern-Perlgras, Melica ciliata. Und als Leitstau, da haben wir da oben den Wiesensalbei, Salvia pratensis, ganz, ganz schöne Pflanze. Mag ich sehr, sehr gern. Hier könnt ihr ganz gut sehen, da oben auch noch. Da drüben ist auch noch ein Exemplar. Und dazwischen haben wir einige Lauchs, das ist der Kopflauch oder auch Kugellauch, Allium spherocephalon. Hier vorne, weiterer Bodendecker, sieht jetzt noch ganz klein aus, der wird in zwei Monaten deutlich mehr Fläche einnehmen. Das ist der Seitenbackenklee, den wir hier haben. Schauen wir mal darüber, da kommt die Campanula glomerata, die Kneuelglockenblume. Unheimlich schöne Glockenblumenart, merke ich sehr, sehr gern. Davon haben wir hier auch einige Exemplare drin. Dazwischen wieder eine Kuhschelle. Und hinten am Hang haben wir dann die rundblättrige Glockenblume, die so ein bisschen als Bodendecker da fungiert, da hinten. Das ist die Campanula rotundifolia, eine meiner Lieblingsblumen, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Und hier etwas eingeschlemmt aktuell, aber das schadet denen nicht. Das ist die Duftscabiose, Scabiosa carnescens. So, hier sind wir jetzt hier am Rondell angelangt, einmal kurz im Überblick. Und da haben wir jetzt eben drei wunderbare Rosen außenrum, die hier eben auch betörend nachher duften werden. Das ist einmal hier vorne die Apfelrose, Rosa Velosa, der heimischen Rosenart in der Wildform. Und dann haben wir hier eine Sorte, das ist die Fritz Nobis, heißt die Rose. Das ist eine Sorte der heimischen Rosa Rubiginosa, also der Weinrose. Ist relativ stark gefüllt, hilft aber trotzdem den Insekten, also die bildet Hagebutten, liefert Pollen und Nektar. Und hier haben wir die Rosa Gallica in der Wildform, also die heimische Essigrose, auch noch relativ klein. So, zwischen den Rosen haben wir verschiedene Bodendecker. Einmal Latyrus Vernus, das ist die Frühlingsblatterbse. Dann hier hinten ein bisschen als Leitstaude die Campanula persizifolia, die Pfirsichblättrige Glockenblume. Und da hinten als Bodendecker noch, das ist die große Sternenmiere, Stellaria holostea. Die wird da hinten im Boden ganz gut zumachen, weil da ist es etwas schattiger. Ganz hier im schattigen Bereich hinten haben wir auch noch die Nesselblättrige Glockenblume, Campanula trachelium. Und hier unten auch noch eine. Die wird da hinten nachher wunderbar im Juli anfangen zu blühen. Hier vorne haben wir die edle Schafgarbe, Achillea nobilis ist das. Dann haben wir hier als Strukturgeber ein schönes Gras drin, das ist wieder das Wimpernperlgras. Das ist wieder das Wimpernperlgras, das nachher wunderbare Ähren hat, die man auch als Schnittblume wunderbar nutzen kann. Dann haben wir hier das nickende Leimkraut, Selene nutans, ganz ganz wichtige Falterpflanze. Blüht auch sehr sehr schön lange, demnächst im Mai geht es dann los in Weiß. Und haben wir hier vorne auch noch ein paar. Dann haben wir hier vorne noch eine heimische Felsenbirne, die Amelanchia ovalis, die gewöhnliche Felsenbirne. Nicht zu verwechseln mit der Kupferfelsenbirne, Amelanchia lamaki, die man normalerweise kaufen kann. Und als Bodendecker eben wieder die rundblättrige Glockenblume und dazwischen drin noch einige Duftskabiosen. Gehen wir außen rum, hier ist noch was für die Küche. Neben dem Thymian kann man auch hier den Dost, den Oregano vulgare, wunderbar in der Küche einsetzen. Dazwischen dann auch wieder eben der Thymian und als Bodendecker im schattigen Teil dann auch noch der kriechende Günzel, Ayuga Reptans. Und ganz hier hinten haben wir als Bodendecker auch noch den Blutstorchnabel. Das ist der Geranium sanguineum. Davon haben wir nicht so viele eingesetzt, weil der manchmal eben durchaus konkurrenzstark agiert und dann andere Pflanzen recht stark auch unterdrücken kann. So, nochmal eine Gesamtaufnahme. Habt ihr jetzt nochmal einen Überblick, ich gehe nochmal kurz den Weg rein. Wie gesagt, bin sehr, sehr zufrieden, wie das geworden ist. Und in circa zehn Wochen wird es hier auch alles in voller Blüte stehen. Unter anderem auch, weil wir hier ganz, ganz viel Nelken, Leimkraut, Selene ameria eingesetzt haben. Das ist eine einjährige Art, die hier die ganzen Lücken erstmal füllen wird und dann erstmal ganz schön lange pink blühen wird hier. Wunderbar wird das hier. Ich denke, jetzt habt ihr einen ganz guten Überblick, wie der Garten aussieht. Ich werde euch natürlich im Laufe des Jahres auch auf dem Laufenden halten, wie sich der Naturgarten hier jetzt insgesamt entwickelt. Dann könnt ihr das auch mal sehen, mit welcher Dynamik das sich am Anfang entwickelt, wie bunt das hier alles nachher wird. Und ich denke, das ist ein wunderbares Beispiel nachher, wie schön man einen Garten auch gestalten kann, dass er sowohl für die Natur, also für unsere heimischen Insekten vor allem, aber eben auch für die Menschen nachher wirklich ganz, ganz viel bringt, die nachher dort einfach in Ruhe Kaffee trinken können oder einfach an der Feuerstelle abends sitzen können. Im Duft von den Rosen außenrum, zwischendrin der Thymian, der hier Polster bilden wird. Das wird ganz, ganz fantastisch. Ich halte euch auf dem Laufenden und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.